Arschloch! Arschloch! Auf das Ding! Zu das Ding! Was macht der? Drückt sich eine Wurst aus dem Kreuz. Man soll das mit dem Training aber auch nicht übertreiben. Oh, da drinnen geht die Poste ab, Junge. Hallo und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder da. Und ja, wir stecken immer noch in diesem komischen Labor. Was weiß ich wo an und fühlen sich da auch wohl auf Anhieb. Viele Wege führen nach Rom. Ja, aber ich finde, persönlich finde ich, wie gesagt, Schorlein nicht für Anfänger. Doch, Schorlein. Ich würde sagen, Schorlein ist eine richtig gute Anfänger-Map. Die ist nicht so groß, die ist nicht so klein. Du hast deine Hotspots, wenn du die kennst. Geil gespawnt, dann können wir direkt den einen hier machen, oder? Ja, ähm. Den Panzer. Ja. Wenn die mir von oben ein bisschen... auf Bord geben, hätte ich guter Fahrt noch? Ja, er weniger, weil ich hab... Ich hab hier bloß einen Red Hot. Ich laber mich so lange. Werden sie dich unten zusammenfackeln? Achso, ich wollte ja was essen. Ah nein, ich hab mein Saliva nicht rausgenommen. Oh, und mein... Oh, ich hab gar nichts rausgenommen. Alles drin. Ich kaste mich mal langsam da vorne. Mhm. Okay, das war schon mal... Ich bin hier drin. Ja, ich weiß. Okay. Wo seid ihr? Ihr seid noch im Radarturm? Ja, wir sind oben. Benji, du liegst hier, ne? Benji? Oh, Benji ist eigentlich... Benji liegst. Benji hat schon wieder... Alter, hier liegt einer. Soll ich schießen, oder bist du das, Benji? Hat er... Hat er ein Tuch um... Um Kopf? So ein... Wie sagt man? So ein... Schemmack, oder was weiß ich, wie das heißt. Schemmack, ja. Hört ihr mich? Jetzt? Benji? Jetzt, ja. Hört ihr mich? Ja, ich lieg hier an einem G. Alter. Ich gebe dir Deckung. Das hatte ich dich erschossen. Ich dachte, das ist ein Spieler. Nee, das bin ich. Shooterborn. Ich dachte, das ist ein Spieler, der Shooterborn in Heaven macht. Es ist auch ein Spieler. Ja. Der macht auch Shooterborn in Heaven. Achso. Ne, mach ich nicht, ne. Thomas, grüß dich, herzlich willkommen. Bist du schon mal am Panzer, unten, Samurai? Ich bin schon fertig. Okay, dann kommst du wieder hoch? Ich würde jetzt zu RB... Ne, wir müssen ja noch weiter, wir müssen ja zu dem anderen Panzer noch. Ach, RPST. PST. Komm runter. Ja. Wie geht's denn hier raus? Ich bin reingekommen, aber auch nicht wieder raus. Benji, ich geh schon mal rüber. Ja, klingt aber nah, ne? Ja, ja, das ist hier zwei Häuser weiter. Also steig gegenüber links. Eieieiei. Du musst da nämlich auch rein. Schöne Grüße, Samurai von Thomas. Benji. Danke, danke, danke. Du musst es zurück. Ich kann jetzt den Chat nicht lesen, aber... Na, er hört es ja, wenn du sagst. Schön. Wir suchen die Halle. RPST musst du auch machen, stimmt? Hier rein, ne? Äh... Kannst du mir kurz Cover geben? Ja, Mann. Gotti, du musstest doch auch hier auf Reserve noch irgendwas machen, oder? Wir waren doch letztens... Ausgang ohne D2. Genau. Seid ihr drin? Ich muss ja dieses Teil holen. Aus dieser Fisse. Die muss ich auch noch rein. Seid ihr schon drin? Ja, wir sind drin. Könnt reinkommen. Sag mal. Es ist es, dass die kommen, ne? Ja. Ja, warte mal. Ich würde eventuell hier drüben bleiben. Sag mal. Wie kann man diese scheiß Panzer hier... Jetzt geht's. Komm hier rein, Nordi. Wir sind noch sicher. Oh, das ist ja auch ein Film. Wie ist das los zu Hause? Da bleib ich mit Benji doch gleich hier drin. Hinter seinem Holzstapel muss ich dich kommen. Hey, was war das? Das war mein Plan. Was war denn das? War auch laut. War laut. Auf euch? Nee, nee, nee. Irgendeiner von uns ist, glaube ich, versehentlich draufgekommen. Aber ich weiß nicht, wer. Ich weiß nicht. Dann kann es ja nur Benji gewesen sein. Ich habe nicht geschossen. Ich habe nur 30 Schultz in meinem Magazin. Aha. Wir müssen noch einmal Bescheid sagen, wenn ihr die Tür hier drüben auf der anderen Seite öffnet. Und reinkommt. Ich gucke, wo ihr seid? Wir sind euch gegenüber. Und denkst du in diesem kleinen Raum, wo du auch spawnen kannst. Ah ja. Ja. Wir sind also fertig hier, ne? Oder Benji? Ja. Gut. Ich auch. Dann können wir ja raus. Oh. Ich höre Schüsse. Ja, ich habe noch Progebeutel. Also wir sind jetzt hin. Ja, ich habe einen runder D2 müssen wir ja. Benji muss ein Paket abholen. Hat er doch jetzt gerade eben, oder nicht? Nee, da war ich wahrscheinlich kurz disconnected dann, in dem Moment. Da habe ich es nicht abgehoben. Ah, okay. Richtig, okay. Ich würde hier raus. Wo seid ihr? Immer noch bei ST. Ich bin noch in einem Raum. Und da läuft dann der Werkstatt gegenüber. Also da, wo ihr drin seid, ja? Ja, da drüben ist ja die Tankstelle. Hier steht noch Lokalisierung. Untersuchte den zweiten EMP auf Reserve. Ich bin drin, bei euch. Wir sind weiter. Ja, wir sind schon weiter Richtung Tankstelle. Wo ist denn der zweite EMP? Ich schock nicht. Ach, ja, hier vorne in dem Haus. Ach, ja, da. An der Tankstelle, an der Tankstelle links daneben. Ist der Tanker? Ja, wir sind an der Tanker vorbei in die nächste Werkstatt rein. Wie links daneben? Wer ist tot? Ich. Thomas. Und wo wurde es? Irgendwo aus der Tür raus, denke ich mal. Ich bin einfach nur gestorben. Ein Headshot. Bonk Commander. An welche Tür? Da, wo ich liege. Aber ich denke, in dem Gebäude, wo ich und Matze drin sind, ist auf jeden Fall irgendwo einer. Wo wart ihr denn? Warte, pst! Habt ihr Schüsse gehört? Bist du gerade reingerannt? Das bin ich, das bin ich. Ich weiß, ich weiß. Ich hab hier vorne links noch was gesehen. Und schmatze. Mensch, hörst du das nicht schießen? Ich bin im Kampf, aber... Mann, ich sag in der Werkstatt nebenan, neben der Tankstelle schon zum dritten Mal. Mann! Ich hab auch Angst, dich jetzt umzuschießen. So, ihr könnt reinkommen. Hört ihr mich husten? Hört ihr mich? Kommt ihr? Kommt ihr? Ja, ja, wir sind das. Puh. Warte, ich muss mir so flicken. So, lass uns mal klären hier. Ich wusste nicht genau welche Werkstatt. Es gibt ja auch eine noch. Ja, ja. Die andere sind gerade zuvor. Ne, euch gegenüber in der Tankstelle in der Werkstatt. Da ist doch noch eine. Was, da ist noch eine? Da, wo du hinten reingehen kannst. Also, jetzt ist es vielleicht keine Werkstatt, eher eine Halle. Ja, ne, da hinten rein nicht. Ne, da nicht. Moment, wenn ich ganz glaube. Welchen du meinst? So, puh, jetzt muss ich mir das mal... Pass auf, ne, geh ich mal kurz rüber. Ups, gell? Äh, ja, ja, der ist auf mich. Der ist mal, der auf mich. Und was heißt rüber? Auf der gegenüberliegenden Seite. Weil ich da den Tank noch... Oh. Oh, Mann, Nordi hat's wieder erwischt. Oh, ich hab dich gerecht, Nordi. Sehr gut, sehr gut. Danke. Zwei Typen waren das. Drei? Alter. Skiff minus. Okay. Und noch einmal. Ich komm mal rüber. Ich komm wieder rüber zu euch. Alter. Wer schießt? Skiff. Skiff mich. Okay. Ich komm nicht durch die Tür ran. Nee, dann lass ihn. Komm jetzt rüber. Okay, ja, schüss. Bin drin. Was hab ich denn hier drin? So, Matze looted gerade, ne? Nee. Ich klippe nach. Kannst du aber gerne looten. Wir coveren dich hier. Okay. Wir haben ja keine Aufgabe mehr. Kannst du ihn... So, und wo liegt dann jetzt der... ...de Thomas? Dann kann ich seine Sachen nämlich saven. Vorm Tor vermute ich mal, oder? Lagst du vorm Tor oder an der Tür? Nee, auch am Tor liegt einer. Nee, das... Am Tor liegt einer. Den hab ich erschossen. Okay. Und... Der heißt ja... Nee, schee. Thomas... Weiß ich nicht. Ui. Wie heißt du im Spiel? Ähm... Schappen, 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 Schappen. Was willst du denn? Deine Verrund nehme ich mit? Oh. Ey! Nee, brauchst du... Ach, ich mach mal schocken. Brauchst du alles nicht. Nur die Waffe und die... Ähm... Die Munition kannst du mitnehmen. Ich nehm deine Sachen mit. Ich save das jetzt mal. Ja, Munition könnt ihr so mit rausnehmen. Ist BP. Krieg ich ja sowieso nicht mit. Dann bring ich es dir mit. Ja? Alles gut. Schau mal, hier läuft was. Ja. Was ist deine Korinth hier an der Ecke? Ja, klasse. Wo seid ihr jetzt? Rennt einer von euch? Das ist... Auf jeden Fall... Last Samurai. Das war ich. Das war ein Scaf. Ah, okay. Das war ein Scaf, der hier gecautscht ist. Der ist noch weiter Scaf. Ja, ja, ja. Der hol ich mir. Der ist rechts draußen. Rechts ums Tor. Da will einfach ne Sterbungser Assi. Pui, oi, oi. Oh, scheiße. Wisst ihr, was mir jetzt aufgefallen ist? Ich hab nichts gegessen, nichts getrunken. Mach schnell. So, Thomas, Magazin bring ich dir, wie gesagt, mit, ne? Und deine Sachen schmeiß ich irgendwo in die Ecke. Okay. Alles klar, super. Danke, der. Muss man kurz mal abkippen. Hat irgendeiner was zu trinken? Ja. Nee, leider nicht. Ich geb dir gleich was. Okay, danke dir. Du musst mich noch mal kurz zu essen essen. Oder hat der Typ hier vorne vielleicht noch was drin? Matze? Da vorne, der Typ, der Typ hat ja nichts zu essen drin, ne. Okay, alles klar, okay. Ich muss überlegen, was nehm ich mit? Was lass ich hier? Caps brauch ich nicht. Die Granate brauch ich nicht. Äh, ich schmeiß dir mal hier eine Weste raus. Ich bin hier hinten in der Garage, wo du vorhin warst, wo du dich geheilt hast. Okay. Kannst du mir auch gerne hier, dann sind wir safe hier hinten, weißt du? Hm, hm, hm. Hörst mich ja heilen. Genau. Danke dir. So, ihr könnt euch laben. Achso, äh, in dem... Hier liegt was zu trinken, oder? Ach nee, das ist bloß, äh, nichts zum Aufheben. Ich hab die hier in eine Westing geschmissen, Samurai. Da ist trinken drin. So, kommst du gar nicht hier, ja, ja. Weiter Laiche. Ja, ruhig, der Packer ist ja hässlich. Ich kann es dir auch hinbringen. Nee, nee, alles gut, ich komm. Ich komm raus. Hier liegt noch ne Fahle, wenn du die mitnehmen möchtest, Benji. Nee, du stehst ja bei der Laiche. Ich hab die Waffe vom, äh, vom Nordrhein. Hier war der Laiche, da drin. Na, nee, drin nicht, äh, weil ich ihm nicht die Weste anziehen kann. Doch, nee, ich musste meine wegschmeißen, um seine einzustecken. Du musst irgendwo in der Weste rumliegen. Ja, ja, ich seh's gerade hier an der Seite. Aber da sind tausend Sachen drin. Du kriegst ein bisschen Loot-XP. Ah, da ist, oder was? Zu Essen habt ihr nix, ne? Äh, hab ich grad vertilgt. Ich hab nix mehr. Naja, ich hab's mir auch verdient. Er hat sich nicht verändert. Ey, wieso bringst du dir auch nichts? Wir nehmen alle Essen und trinken mit rein. Da, junger Mann? Nicht. So, dann rüber. ZD2. Na hier durchs Fenster. So, warte mal, lass mal checken. Ich guck mal, vielleicht hatte ich das F4 noch was. Warte, ich guck mal, vielleicht hab ich ja noch was. Oh, ich glaub's. Ach doch, ich hab noch nen Sauri. Warte, komm her. Hier, ich schmeiß dir das Sauri vor die Tür. Wo war ich die Tür? Ja, wo ich davor hocke. Läufst grad an mir vorbei. Amta, danke dir. Danke dir, vielen Dank. Bitte, bitte. So. So, Magazin. Du hast, ähm, Thomas, da war aber nur ein einziger Magazin bei dir drin, ne? Mit zu ner Waffe und eins, so, ja. Okay, das war. So, und dann weiter. Ich hab mit dir machen. Weißt du, ich steh'n Comtec hier noch rein? Das Matze kommt nicht raus. Nee, muss mit Anlauf. Das Matze kommt nicht raus. Warum das? Warum das? Weil ich direkt davor stand. Eigentlich geht das doch nur. Wartet. Kommt was? Steak mal kurz nach. Danke, Olli. Und Thomas hat was zu trinken. Hier springt was. Dann Prost, Thomas. Wir können auch hinten durch Fenster rausspringen. In dem anderen Zimmer. Benji, wo bist du? Benji, du bist einem hier vorbei gelogen. Ach so, okay. Das ging. Ey, jetzt hängt er an dem Bogen fest, Jun. Alter, warum komm ich nie hin? Ey, das war früher einfacher, ey. Was haben die hier gemacht mit dem Map? Ich komm hinten raus. Boah, ich mich erschrocken. Ich mich erschrocken. Olli, grüß dich. Danke dir. Namen Matze, Namen Chat. Oi, oi, oi. Da Olli, noch ein Olli. Jetzt haben wir schon wieder zwei Ollis. Wie viel Thomas haben wir eigentlich? Glaub ich drei sogar jetzt. Tomtom, Herrtom und Nordi. Was, du kommst hier nicht raus? Naja, wahrscheinlich bin ich überladen. Ey, du hängst immer noch am Fenster. Nein, nein, ich geh woanders hin. Ich hab die Schnauze voll jetzt. Wir sind hier am Medizinaus, wo wir vorhin waren, unten im Keller. Also schräg gegenüber. Ja. Genau. Boah, endlich mal wieder ein paar Leute über den Haufen geschossen. Boah. Und ihr wollt ja, Matze, ihr wollt ja sowieso zu D2, ne? Ja. Dann komm ich von einem Haus gegenüber euch entgegen. FBI, Olli! Ich muss runtergehen, Matze. Danke, Olli. Ja. Ja, alles gut. Ich nehme einfach das Haus gegenüber, weil es für mich sicher ist. Einen schwarzen König oder ein weißer König? Da willst du durch, okay. Keine Ahnung, wie die heißen. Da geh ich nicht gern runter, weil wenn du die Stahltreppe, das ist immer, wenn da oben einer hockt auf der Rampe. Und da können wir aber schon ein Stück vor, Benji, ha? Ja, ja. Das brauchte ich gemacht. Wie viel wiege ich eigentlich? 39 geht eigentlich noch. Alter, jetzt kann ich auch noch mehr. Zu schwer. Schmerzmässig was nehmen, dann nehme ich mal noch viel. Gut, okay, shit happens. Shit happens. Bist du schon da? Ich bin schon da, ja. Ich komme jetzt die Stahltreppe runter. Die Namensvetter vom Meer. Entschuldig, entschuldig, entschuldig. Okay, wir sind gleich hinten. Brennt von mir schon das Licht. Ja. Wir sind hier. Ich höre euch. Ja, ja, ja. Ich höre euch. Ich höre euch. Licht. Licht ist schon an? Nee. Doch. Ja? Okay. Würde ich sagen. Aber D2 leuchtet nicht. Nee, das leuchtet erst, wenn du hinten einen Schalter rumlegst. Würde ich sagen. Ich muss einer mit Licht vorgehen, weil ich habe keinen Licht, ich habe nur Leser. Was waren das für Level, die beiden Matze? Müsste ich jetzt nachgucken. So besonders hoch waren die nicht. Hat sich das gelohnt vom Gear her? Ja, ich habe eine schöne AK. Da lag ja noch eine Pfahl. Die wollte keiner mitnehmen. Nee. Ich habe die Waffe von Morty. Achso, stimmt. Ich sehe auch nichts. Also ich kann nichts mehr in die Sesh aufnehmen, deshalb muss ich jetzt der sterben. Da müssen wir sterben, würde ich mal sagen. Nichts leichter wie das. Das ist wirklich alles voll bei mir. Aber diesmal geht es mit dem, das ist flüssig, ihr hattet keinen Hänger diesmal. Schalt mal die andere. Nein, nein. Bist du das? Nee, ich bin das. Ich blende das auch. Jetzt blende ich. Matze ist schon wieder verwirrt. Ja, ich dachte, Benji hat verstärkt das noch mit seinem Licht. Aber es war nicht so. Hier ist es zu. So, Benji, komm. Ja, 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 ja. Ich halte hier die Tür frei machen. Jawohl, hab's. Sehr gut. Sehr gut. Und ohne Hänger, Mensch. Das wird ja immer besser mit mir. Wahnsinn. Sag's doch. Aber sag mal, warst du vorhin gemutet oder hast du uns nicht gehört? Ich weiß nicht, was los war. Irgendwie, ich muss das Mikro rausziehen und da reinstecken, da ging es dann wieder. Ich muss das Mikro neu reinstecken, da ging es wieder. Irgendwas war komisch. Schest York, Kita. Ist das was wert? Ich glaube... Nee, das ist alles. Kannst du auch glücklich gegen irgendwas tauschen? So ein Barter. Ja. Ach, hau ich weg. Jetzt hab ich nur... Achso, warte mal. Der eine war 16, der andere war 38. Oh, 38. Okay, der war ja schon dann kein Anfänger, ne? Schön. Hm. GG. Danke. Dann wird dir eine schöne Waffe gegeben. Na ja, obwohl das Korb... Achso, die sind schon weg. Ich träume da rum. Ja. So. Geil. So, Oli. Endlich wieder... Siegreich. Ich hab auch was zu trinken, sagt Thomas. Heil Samurai. Okay, jetzt kann ich auch noch mal begrüßen hier alle. Und Thomas hat sich ein Hopfengetränk eingeschenkt. Oh. Da wird Benji traurig. Ja. 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 Ja.